Labbayk Allahumma labbayk Endlich ist es vollbracht. Das erste Fachbuch in deutscher Sprache über die Hatsch und Umrah-Pilgerfahrt nach Mekka ist jetzt verfügbar. Die wichtigste Reise deines Lebens steht dir bevor und du suchst nach einem kompakten Wissen? Dann ist dieses Fachbuch genau das Richtige. Das Besondere an dieser wissenschaftlichen Arbeit ist, dass alle Riten nach den vier sunnitischen Wissenschaftsschulen systematisch beleuchtet werden. Es kombiniert das Wissen von drei hochqualifizierten muslimischen Wissenschaftlern. Dr. Emir Zaidan, Dr. Abdurrahman Reidegeld und Dr. Kerem Edipolu. Sira-Abschnitte, Tafsir-Texte, praktische Tipps und viele wichtige Zusatzthemen sind enthalten. Die Autorin Emile Misir geht auf die Besonderheiten der weiblichen Pilger ein und vermittelt ein tiefes spirituelles Verständnis auf die Fragen. Welche Erkenntnisse erwarten mich? Welchen Sinn haben die Riten? In welche Welt trete ich hier ein? Was genau erwartet mein Schöpfer von mir? Der Erlös des Fachbuches geht an das Projekt Evidence. Zur Gründung der ersten Einrichtung für islamische Wissensdisziplinen und Forschungsarbeiten von muslimischen Gelehrten in Deutschland. Ein sehr lehrreicher Leitfaden zur Vorbereitung der Pilgerfahrten mit dem Verstand und dem Herzen. Jetzt neu im Handel über Amazon bestellbar oder über die Webseite www.evidence.com.de Wir haben die Wir haben die Wir haben die